Boah, liebe Freunde und Freunde, Lene, du, ich habe geguckt, ich habe geguckt in die Fernseh, was mit die Docks, also mit die Hunde. Docks ist der Name für Hund auf Englisch, versteht? Also ich habe die Docks Challenge geguckt in die Fernseh. Mann, 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 was die da alles verlangen. Wir rennen über Hürde, Springe, durch den Ballbad, Rase und der Leberwurst, Abschläge, ja, und Nummerntapse, so drauf tapse und ins Wasser springe. Also ich hätte gesagt, ich gehe mit meinem Fraulinten da durch dieses Parcours. Ja, das würde mir bestimmt schaffen, ich wäre garantiert der Erste, bis aufs Wasser. Da glaube ich, müsste ich passen. Ja, also meine Fraulinten kann ja auch nicht so gut schwimmen, verstehe ich, ne? Aber die würde auch nicht kopfüber ins Wasser springen, ne, 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 die würde dann lieber durchs Wasser gehen. Ja, und dann müsste ich mich auf den Arm holen, für mich durchzutragen. Ja, ja, weil allein freiwillig würde ich da nicht nennen gehen, da können die mir hinterhallen, was immer sie wollen. Haha, aber alles andere würde ich machen. Ich würde jetzt springen und rase und rennen und Balli fangen und würde ich alles machen, aber nicht durchs Wasser gehen. Ne, also solche Dockschallenges, das ist nichts für mich. Da klinge ich mich aus. Aber Freunde, ihr könnt euch schon mal gerne angucken, vielleicht ist Johann Raff und meine Freunde, der sagt, das mache ich. Oh ja, also ich nicht. Also ich wünsche euch aber trotzdem einen wunderschönen Tag, ne? Bis dann, tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke. canvas i manchmal schon gariert. Bis dann, tschüss.